Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Seeker hat eine bedeutende Neuerung in der Batterietechnologie vorgestellt. Die neuen Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die in dem 2025er Seeker 007 Sedan erstmal zum Einsatz kommen soll, soll eine ultraschnelle Ladegeschwindigkeit ermöglichen. Von 10 auf 80% State of Charge soll sich das Fahrzeug in nur 10,5 Minuten aufladen lassen und die Auslieferung des neuen Modells soll bereits nächste Woche beginnen. Die Sache hat aber einen kleinen Haken. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Dank fortschrittlicher Materialien und einer optimierten Batterie-Management-Software übertreffen die neuen LFP-Batterien sogar die Leistung bisheriger Nickel-Cobalt-Mangan-Batterien. Dies ist ein weiterer Meilenstein für das hauseigene e-Power-Train-Forschungsteam von Seeker. Besonders beeindruckend sei, dass diese ultraschnelle Ladegeschwindigkeit auch bei extremen Temperaturen aufrechterhalten wird. Selbst bei minus 10 Grad Celsius kann das Fahrzeug in nur 30 Minuten von 10 auf 80% geladen werden. Damit adressiert Seeker direkt die Bedenken vieler Kunden hinsichtlich der Ladeleistung in kalten Umgebungen. Bis 2026 möchte Seeker sieben neue batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen. Die 800-Volt-Technik wird im Zusammenspiel mit der hohen Ladeleistung sicherlich für ein Umdenken sorgen. 5,5 C. Tja, darüber müssen wir sprechen. 5,5 C bedeutet eine 5,5-fache Ladeleistung in Relation zur Kapazität der Batterie. Sprich, eine 50 kWh fassende Batterie könnte mit maximal 275 kW geladen werden. Eine 60 kWh fassende Batterie mit 330 kW. Bei 70 kWh sprechen wir von 385 kW Peak-Leistung. Und eine 80 kWh fassende Batterie kann mit maximal 440 kW geladen werden. Und da gehen uns dann die Schnelllademöglichkeiten aus. Denn die meisten Ladesäulen bei uns bieten, sofern die Ladeleistung nicht geteilt wird, maximal 300 bis 400 kW. Aus diesem Grund errichtet Seeker nun auch Schnellladesäulen. Und das bringt uns zum Haken. Der Seeker 007 kommt zunächst nur in China auf den Markt. Dort errichtet der Hersteller auch die notwendige Infrastruktur. Bis 2026 sollen dort, also in China, 10.000 entsprechende Schnellladesäulen stehen. Andere Hersteller arbeiten übrigens schon an 6 C. Das wird alles wahnsinnig schnell in der Zukunft. 70% der potenziellen Reichweite nur 10,5 Minuten nachladen. Also wir hätten darauf Lust. Ihr auch? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Das wird alles wahnsinnig schnell in die Kommentare.